Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis. Ah, 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 Angeberwissen. Wir wollten mal rappen, richtig. Hat nicht geklappt. 26. Dezember. 26. Dezember haben wir Geburtstagskind von 1963, Lars Ulrich. Ah, der Trommler von Metallica. Ja, ich wollte erst, ich sagte erst, du meinst Jan Ulrich, ne? Nein, das ist der mit dem Dopingfahrrad. Lars Ulrich, dänischer und US-amerikanischer Schlagzeuger, Metallica, Mensch, da irgendwie so, ja. Herzlichen Glückwunsch, Lars Ulrich. Lars Ulrich. Heute am 26. Dezember seit vielen, vielen Jahren ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Ja, Mensch, Hammer. Frohe Weihnachten dann raus. Ich hab ja Geburtstag gehabt von zwei Tagen übrigens. Ich weiß. Hast du mich gratuliert? Ja, hab ich. Ich hab dir dieses übertrieben hohe Geldgeschenk und sachbar und das Auto. Nee, aber es war bestimmt wieder diese WhatsApp-Nachricht da irgendwie, eine von den Millionen, die nix bedeuten. Kannst du mal wenigstens anrufen? Du hast eine Maseratis von mir vor der Tür. Der ist deiner. Ja. Den wollte ich dir eigentlich schenken, aber du warst ja nicht da am 24. Blöd, ja, genau. Ich hab die so übertrieben hohe Geldüberweisung gemacht. Am 26. Dezember ist eine Meldung hier reingekommen, also für den 26. Und hab ich erst gedacht, Mensch, Lothar Matthäus oder was? Der Orkan Lothar, der Orkan Lothar, verwüstet, hab ich erst gesagt, Jugoslawien 1990, 4 zu 1? Ja. Nee, war 1999, verwüstet mit über 200 Stundenkilometern Teile von Nord- und Westeuropa. De Lothar. De Lothar. De Lothar. Lothar und Lollida. Weißt du? Kennst du? Kennst du? Kennst du? Lothar und Lollida. Lothar und Lollida. 26. Dezember 1991, die Sowjetunion löst sich offiziell auf und benennt sich um in die Russische Föderation, sprich Russland, der Kalte Krieg ist rum. Ah, okay. Das war an Weihnachten? An Weihnachten. 1991. Korrekt. Ja, kurz nach der Wende, ne? Ja. Mann, was ist alles an Weihnachten passiert? Da ist was los. 26. Dezember heute Morgen, zum Glück Weihnachten vorbei. Die ganze Familienkacke, die ihr dann über euch ja gehen lassen müsst. Ich kenne ja so viele Leute, die sagen so, oh, ey, drei Tage müssen wir einmal zusammenkommen und müssen dann essen und essen und essen. Und spazieren gehen und essen. Ja, immer spazieren gehen. Essen, spazieren gehen, spazieren gehen, essen gehen. Spazieren gehen, essen gehen. Ich bin so viel spaziert. Ja, nachher auch wieder spazieren. Geben wir spazieren, Sascha. Oder essen. Wir gehen erst was essen gehen, dann spazieren. Das ist komisch an, wenn du das sagst. Bis morgen. Cheerio, bis Sophie. Gude. Gude.